Wir sind kurz vor der orangenen Schleife. Die blaue habe ich ja hier schon auf meinem Pferd und damit willkommen zu dieser neuen Runde, wo wir heute mal so ein bisschen über das neue Championats-Update reden, während wir natürlich uns hier das nächste Championat genehmigen werden. Als allererstes finde ich es persönlich sehr, sehr gut, denn man merkt ganz klar, dass jetzt in Star Stable die ganzen Server wieder deutlich voller sind. Also Star Stable hat es definitiv was gebracht. Ich befürchte nur nicht so lange, denn die Leute, die dieses Update jetzt wirklich aktiv spielen, die Leute werden sehr zeitig damit durch sein. Ich gehöre da tatsächlich sogar eher zum Schlusslicht der Leute, der jetzt eben beim Dritten angekommen ist. Einige sind da doch schon deutlich weiter. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wo ihr euch gerade befindet, also auf welcher Stufe ihr gerade seid. Persönlich denke ich, dass man da, ja, dass die meisten wahrscheinlich so in der Woche schon durch sein werden, vor allem die meisten, die es wirklich aktiv spielen, denn ich kenne auch einige, die direkt gesagt haben, nee, das ist mir irgendwie ein bisschen zu doof, das mache ich nicht mit, weil die Belohnung doch irgendwie nichts Besonderes ist. Ich denke auch, dass Star Stable nicht langsam anfangen sollte, also eher so uninteressante Sachen als Belohnungen reinpacken sollte und später bessere Sachen, so wie sie es aktuell anstreben. Ich denke, dass sie direkt hätten höher einsteigen sollen, sodass die Belohnungen sich am Anfang schon direkt für die Leute lohnen. Bisher sieht es eher danach aus, als würden sie so für die Zukunft schon die Leute eher von diesem Update vergraulen, was also, ja, dann vermutlich eher nach hinten losgeht. Wenn sie jetzt schon so ein Set reinpacken, vielleicht ist es ja auch schon, vielleicht ist es ja auch schon so, dass wir gar nicht nur diese Schleifen bekommen. Wir wissen ja noch nicht, was auf den letzten Stufen dann alles so drin ist. Wir können auf jeden Fall hier schon mal gucken, dass wir nämlich bei den Rängen mal reinschauen und wir befinden uns da jetzt kurz vor Orange. Aber ich habe definitiv bei einigen Leuten auch schon die Heide gesehen, was ich schon sehr krass finde von der Menge her. Ich kann mich ja persönlich hier mal so ein bisschen umschauen und mal kurz die Leute begrüßen. Und dann gucken wir mal, ob Leute hier auch schon so diese Schleifen dran haben. Da sehen wir zum Beispiel, hier hat nämlich die gute Dame, die Melinda, hat nämlich schon Heide dran. Da sehen wir natürlich schon ein paar Leute, die crazy hier nämlich von den Farben unterwegs sind. Und Heide ist ja nun schon wirklich einiges von der Menge her. Mit 75 ist sie damit übrigens schon beim ersten Tag nach einem Drittel durch. Und das ist schon eine ganze, ganze Menge. Aber ich bin gespannt, wie ihr aktuell da unterwegs seid. Wir starten jetzt hier rein ins Championat. Ich muss persönlich sagen, dass ich jetzt bisher ab und zu, tatsächlich bei den Wayday-Championaten war ich jetzt eher so Erster. Bei den anderen bin ich gerade so auf dem Achten teilweise reingekommen, weil ich da echt nicht so gut abgeschnitten habe. Oh mein Gott, hier sind so viele Leute, das ist so crazy. Ich muss sagen, an sich ist es eine coole Sache. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ja auch schon in der nächsten Woche, äh, nächste Woche, nächsten Monat dann der normale Pass kommen soll. Also einiges zu tun. So. Die Leute hier fragen mich direkt, ob ich im Live bin. Und dann sehen wir hier und mache dann nochmal... Moment, ich sag jetzt mal den Leuten direkt so. Ähm, ich mache gerade dazu ein Video. Oh mein Gott, ich kann es nicht mal schreiben. Hahaha. Oh mein Gott, ey. Wir starten nämlich jetzt direkt ran. Wir sehen direkt schon mal, wie die Leute alle ihre Racing-Sachen poliert haben. Die Appaloosers sind wieder fix da. Und auch die ganzen alten Retro-Racing-Sachen, die ja einiges immer an Kontroversen auf... Na, 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 was heißt aufbringen, wie auch immer. Auf jeden Fall merke ich ganz klar, dass diese Racing-Outfits natürlich jetzt wieder aufpoliert werden. Auch bei mir ist es so, ich habe zwar noch nicht mein Outfit angepasst, aber immerhin schon mal hier so mein Pferd ein bisschen an das Niveau angepasst. Dass es wieder perfekt ist von dem Racing-Accessoire. Aber wir starten jetzt hier rein. Und liebe Grüße auch an die Leute, die jetzt hier mit dabei sind. Die Leila, die Caitlin, äh, wen haben wir hier, die Therese, Mia, Willow. Oh mein Gott, die ganzen Leute hier. Liebe Grüße an euch und danke auch für die ganzen netten Kommentare hier an euch, die jetzt hier mich so crazy teilweise direkt schon begrüßt hat. Und wir starten rein ins Championat vom Jorvik-Stahl, was ich eigentlich sogar sehr gerne mag, wenn ich mal nicht bei dem Sprung verkacke. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ähm, ich bin es nicht mehr so ganz gewohnt, den Appalooza zu reiten, weil er springt nicht so hoch wie andere Pferde. Und das macht sich definitiv so ein bisschen bemerkbar. Aber es sollte doch gelacht sein, wenn wir jetzt hier nicht gut durchkommen. Zumindest brauchen wir nur zwei Punkte für die Orange-Schleife und das kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Aber wir starten rein mit Danger Way ins Championat. Und nur noch hier, die Caitlin ist da. Auf geht's ins Championat. Die Caitlin, die, glaube ich, rutscht so ein bisschen die Server mit mir durch. Die sehe ich ja wie immer bei mir direkt auf den Servern. Oh mein Gott, die grünen, die grünen Bienen sind unterwegs. Und wir starten. Eigentlich bin ich ganz gut losgekommen. Sehen wir hier auch gerade, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr links reiten sollen. Dadurch musste ich jetzt einmal mehr springen und hörte sie auch. Die geilen neuen Pferdesounds. Ich bin mega begeistert davon. Da hat Star Stable wirklich was Gutes gemacht. Am Anfang dachte ich so, wer braucht eigentlich neue Sounds. Jetzt, wo ich sie höre, denke ich mir, geile Sache Star Stable. Also ein cooles Update, auch wenn es jetzt kein Content ist, hat es nebenbei definitiv eine coole Sache gemacht. Hier sind wir jetzt immer so ein bisschen, ja, das ist so eine wichtige Sache. Das portet sich gleich nach vorne. Das ist super knapp immer. Weil dieses eine kleine Pferd, das hat immer so einen leichten Flicker nach vorne. Das ist nur so nach vorne Blinze. Da muss man immer echt aufpassen. Also immer so ein bisschen gucken, wie die Rotation der Pferde da gerade ist, wie sie durchreiten. So ein bisschen versucht man hier nach unten so einen Springboost zu bekommen. Geht ein bisschen schwieriger beim Api, weil der Api vom Sprung her sehr ungewöhnlich ist, wenn ihr ihn vielleicht noch nicht so erlebt habt. Wenn ihr ihn erstmal so ein bisschen benutzt, den Api, dann merkt ihr ganz klar, dass sich die Sprünge doch einiges anders machen. Und jetzt juckt auch noch meine Nase, oh mein Gott. Kennt ihr das? Ihr seid beim Championat und eure Nase juckt. So, jetzt kommt direkt so die Szene, die wichtig wird für mich. Einmal hier gut rum. Und ihr könnt das übrigens für euch selber leichter machen, wenn ihr schon die Kamera so ein bisschen dreht, dass ihr euch vorbereitet für die Sachen. Und jetzt hier, der Api springt nämlich ganz anders, wie viele andere Pferde. Deswegen müsst ihr so ein bisschen, weil der nicht so hoch springt, müsst ihr deutlich später abspringen. Ansonsten kommt ihr da nämlich gar nicht so durch. Also der Api ist vom Sprung her definitiv nichts für Leute, die es gewohnt sind, so recht hoch zu springen. Das macht den Api nämlich eigentlich so gut, weil er so niedrig springt. Dann müsst ihr ja nämlich teilweise vom Sprung her einiges berücksichtigen. Und, da sind wir doch ganz gut durchgenommen, jetzt kann ich eigentlich meine Nase jucken. Und dann hier, so drücken. Und wir sind direkt draußen nämlich dann. Und, so, wir haben es geschafft. Haben gut abgeschnitten mit unserem Danger Waze. Nochmal liebe Grüße an die Leute, die hier mit dabei sind. Und wir holen uns jetzt fancy mäßig unsere orange Schleife hier raus. Hepp und nächster Rang orange. Dankeschön fürs Zuschauen. Wollt ihr vielleicht noch generell für euch auch noch ein paar Infos haben zu den Championaten? Schreibt es mir in die Comments. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.